Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Haben Sie auch den Eindruck, dass da Hauen und Stechen herrscht? Ich habe den Eindruck, dass in Berlin, in den Landeshauptstädten, in der Wirtschaft schon lange und bei den Menschen sowieso klar geworden ist, welcher Schaden mit den Corona-Maßnahmen angerichtet worden ist. Es wird jetzt immer sichtbarer und deswegen geht es so los. Top-Virologe Trosten macht seinem Ärger über Politikerluft, also Wissenschaft gegen Politik. Heute so, morgen so, Merkel motzt über Trosten. Politik kritisiert Mediziner, habe ich mir da aufgeschrieben. Die Wirtschaft rechnet mit Kanzlerin Angela Merkel ab, also auch Wirtschaft kontra Politik. Mittelstand, Sorge um Zukunft des Landes, da geht es gegen Bund und Länder. Dann Bundesregierung kritisiert Gerichte für Urteile gegen Corona-Maßnahmen. Wir haben in den letzten drei Wochen einige Fälle gehabt, wo das Bundesverfassungsgericht, aber auch Verwaltungsgerichte und andere Gerichte Maßnahmen gekippt haben, Demonstrationen stattgegeben haben. Zum Beispiel hat ja der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg die Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beanstandet. Dann haben wir Corona-Trosten attackiert Kollegen, zerstört viel von dem Vertrauen der Bevölkerung. Also Wissenschaftler gegen Wissenschaftler. Eins haben wir noch nicht. Das ist was, was wir aus Russland hören. Russische Ärzte nach Kritik an Corona-Maßnahmen der Regierung aus Fenstern gestürzt. Also wenn man es etwas sarkastisch betrachtet, ist es ja noch gar nicht so schlimm. Woher kommt das eigentlich, dieses Hauen und Stechen? Ich habe mir aufgeschrieben verschiedene Punkte. Einmal wird natürlich jetzt ganz deutlich, welcher Schaden da angerichtet worden ist. Über 10 Millionen in Kurzarbeit. Die Gehaltsabrechnungen sind Ende April gekommen. Da waren Millionen von Leuten geschockt. In den Geschäften sieht man, was da an Schaden angerichtet wird. Natürlich wie ruhig das Geschäft geworden ist. Und man erkennt, dass die Kurzarbeit noch länger dauern wird. Dann liegen natürlich die Nerven blank. Erschöpfung, Pandemie, Lagerkoller und so weiter. Jetzt werden die Schuldigen gesucht. Habe ich mir aufgeschrieben, keiner will die Verantwortung haben, wenn eine zweite Welle kommt. Die Positionierung spielt eine Rolle. Also nach dem Motto von mir kamen die falschen Zahlen nicht. Und viele wollen sich als Opfer der Fehleinschätzung anderer darstellen. Also Verantwortung abwälzen. Und schließlich der Blick auf den Wahlkampf 2021. Da fällt einem vor allem Söder-Laschet ein. Und dann will man natürlich, das wollen manche zumindest, den Boden bereiten für mögliche Klagen. Da liegen ja viele Klagen vor bei den Gerichten im Land.